Wir haben Einsatzziel übrig erobert. Alter was? Ich hab einen aus dem Flugzeug rausgekillt. Alter das ist unbedingt so viel gewesen. Ok wo jetzt hin? Bist du Scharfschütze oder? Ich bin Speer ja. Zu lange wieder rein zu kommen. Äh. Ja ey man. Scheiße wird mit dem quatschen. Bin ich mal gespannt was das für eine Map ist. Aber wie aktiviere ich das? Hast du glaube ich. Ich glaube das ist so aktiv. Ok. Aber das ist bei mir glaube ich erst im Inventar. Das musste ich dann noch. Voll geil. Geh jetzt in den Wald. Schon geballert. Diese Atmosphäre ist absurde. Keilste Scheiße. Granate. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Boah Alter dieser Revolver. Wie lange braucht der zum Nachladen? Ah irgendein Typ mit so ner Rüstung. Fuck. Nahkampf. Sollen wir jetzt Dings machen? Was denn? Also Sturmsoldat. Boah ich krieg damit nichts geschissen irgendwie. Ich mach das mal. Ich komm mal zu dir. Wo bist du denn? Ach du bist tot. Hier zu E. Ich geh mal zu dem Typ bei E. Genau ich auch. Diese Runde wird unsere. Boah wie viele alter. Oh. Wir sind gut. Unser Team. Wir haben Einsatzziel Albert. Wir haben Einsatzziel Albert. Erobert. Wir haben nur noch ein feindliches Ziel. Au. Oder zu A. Keine Ahnung. Wir haben Einsatzziel Cäsar. David. Mach mal so n. Gib mal nen Befehl. Dann kriegen wir Punkte. Dann mach ich die ganze Zeit. Ich krieg das gar nicht. Ich hab voll vergessen dass das geht. Granate ist raus. Hohe und zu. Granate los. Ah. Ah. Diese blauen Uniformen. Die verwirren mich voll. Ich glaub ich bin mal Versorger. Alles gut. Ich bin hier mit dem. Ausgelöscht von mir. Das ist rot. Na. Ah. Wir haben einsatzziel Albert. Wir haben einsatzziel Albert. unsere teammates sind so gut wir kriegen kaum was zu alter hier ich sehe überhaupt nichts mitten im rauch und werd hier abgestochen hier wir kontrollieren alle einsatz zählen ich versuche das ist echt gut fuck ich brenne also dass dieses maschinengewehr ist echt ich bin sturm soll da dieses 18 bühne ich fand das voll kacke die mp 18 ich glaube ja also ich ach was das sind gegner auch mann wo geht man jetzt hin zu platz 5 habe aber nur 6 kills kill zu c wo ist denn c wo wollen die jetzt alle hin ich würde sagen wir gehen auch zu c ich wollte voll von hinten kommen aber bei e geht richtig die post auf wir hätten mal den nehmen können sollen das war näher ich würde sagen wir gehen da jetzt mal hin ach komm schon ich latsch in die granate rein wo gehen wir jetzt hin e oder oder und lass nur mal kurz david verteidigen ok 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 weisen wir ziehen darauf ok ja aber ok 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 Oh, ich bin tot. Er kommt. Ah, er steht da rum. Einen habe ich erwischt gerade. Guckst du noch? Oh, nein. Oh, nein. Zurück in den Kampf mit dir. Wo ist er denn? Einer ist tot. Ah. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Ach, Mann. Ich krepier die ganze Zeit. Was für eine Musik. Die werfen die ganze Zeit Granaten. Die werden nicht bescheiden. Das ist klar. Hä? Hä? Ich habe mich mal gesehen, wie ich gespawnt bin. Ja, klar. Wie viele Granaten schieben denn hier rum? Wir verlieren Einsatzziel, Bernd. Ich werde auch mal so viele Granaten haben. Was ist das denn? Was ist das denn? Gilbert. Scheiße. Wie wird die Action, Alter? Ich werfe eine Granate! Alter, einen Kill zu machen fühlt sich so gut an. Ich wurde beferradert! Vorsicht! Oh, die epische Musik! Reiste Taube! Oha, unser Squad ist das! Wir sind der beste Squad! Oh, das war's! Oh, das war's! Untertitelung des ZDF, 2020